Hallo Creeper! Ja, so sollte das eigentlich nicht laufen. Ähm... Lachen wir mal folgendes. Noch mehr Creeper hier? Warte mal. So, kann ich jetzt auch endlich mal die Schweine hier mit dem Weizen? Ich glaube nicht. Warte mal, diese Creeper, ey. Das sind... Ne, das sind nur die. Das sind nur die Kakteen. So, hier. Einmal Erde. Das muss dann aber weg, weil hier sollten ja die Pflanzen hin. So, die auch halb weggesprengt wurden. Mist! Verdammt! Ähm... Ne, warte so. Ja, so kann das auf jeden Fall alles wunderbar funktionieren. Wenn unsere Zuckerrohrfarm von Creepern überfallen wird. Das ist immer ganz toll. So, hier ist noch eine Spinne, aber die tut mir am Tag nichts. Wozu sind eigentlich Kakteen nützlich? Ich weiß das gar nicht. Um Farbe draus zu machen. Ja, aber brauche ich die? Au! Und um mir weh zu tun. Aber brauche ich das? Nö. Nö. So. Okay, also. Weihnacht sollte ich nicht draußen herumwandeln. Ey, ich muss jetzt aber nochmal probieren, ob ich jetzt diese... Pfecher hier? Da ist ein Ei. Kann ich? Ne. Geht alles nicht. Warum geht denn das nicht? Und die hier hinten? Die... Die... Springt auch nicht mehr auf das Weizen an, oder? Vielleicht haben die auch genug. Der guckt mich jetzt an. Aber der läuft in eine ganz andere Richtung. Ey, ich hab Weizen in der Hand. Mann, du willst doch Weizen. Hä, warum geht das nicht? Verstehe ich nicht. Ach, komm, mir hol mal die Spinne hier um. So. Und, äh, futtern mal hier so ein Steak. Ach, warum geht das nicht? Ganz ehrlich, weiß das jemand? Kann mir irgendwer erklären, warum das nicht geht? Was mach ich denn falsch? Muss doch jetzt... Hier könnte ich eigentlich auch... Will ich noch eine Schaufel? Ne, natürlich gerade nicht dabei. Okay, hier. Der muss weg. Die müssen weg. Ich mach das jetzt mal mit der Hand. Oder mit der Fackel. So, und hier muss auch nochmal weg. Hier muss weg. So, ist ja gerade nicht so viel. Hier muss ich. So. Und zwei, drei nach da rein. Sumo. Hier auch. Warum hab ich das denn überhaupt falsch gebaut? Zumal bin ich denn so blöd, ey. Äh. Wie hoch muss das überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Hier so hoch, ne? Oder mal bis hier. So. 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 Okay, so, so, so. Jetzt ist das doch nur ein, zwei, drei, vier hoch. Müsste noch einen höher, ne? Eigentlich. Eigentlich, eigentlich ja. Doch, muss noch einen höher. Ich mach das jetzt erstmal noch ein bisschen. Unser Weg zur nicht fertigen Monsterfalle. Der macht auch sehr viel Sinn, wenn die Monsterfalle noch nicht fertig ist. Naja. Na, die Monsterfalle ist eben noch nicht fertig, ne? Was will man machen? So, hier muss noch, ähm. Wie viel Stein auf? Wir haben schon so viele Steine wieder. Da können wir eigentlich am Dings noch weiterbauen. So, hier, hier, hier. Hier, hier. Und hier. So. Ne, ich wollte eigentlich ein Stück runter. So. Hier, das weg. Das kann jetzt noch ein wenig dauern. Vielleicht muss ich auch mal die Minecraft-Musik anmachen. Aber die ist auch ziemlich, äh, spärlich. Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Darauf habe ich überhaupt nicht geachtet. Ha, 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 wie schlau. Na, da komme ich gerade nicht. So, einfach mal weg hier. Ich will die Diamantspitzhacke nicht vergeuden. Damit ging es natürlich schneller. Aber das ist auch nicht so das Wahre. Und Kekse wollte ich noch machen. Äh, diese, ne, diese, ähm, Kürbiskuchen oder was das ist. Die gibt es ja jetzt auch. Die wollte ich noch machen, auf jeden Fall. So, jetzt, äh, ich sehe Erde. Ach, Mist. Äh. Wie viel Erde ist denn das? Ich glaube, ich gehe nochmal hoch und mache nur eine Schaufel. Warte mal. Oder? Die Erde gleich vorbei. Jetzt nochmal hochlaufen und eine Schaufel machen bringt irgendwie auch nichts, weil das länger dauert, als wenn ich die Erde so abbau. Andererseits ist das denn langweilig. Da draußen bestimmt wieder ein Creeper explodiert. Ho, ho, ho. Da freut ihr euch doch alle drüben. Aber echt nicht mehr, nicht, äh, lange nicht, äh, hier dieses Minecraft gespielt. Mich wirklich auch die ganze Zeit beschäftigt war. So, und jetzt mache ich irgendwie hier so eine ewig lange Aufnahme. Ähm, von der ich nicht weiß, wie lang sie schon geht. Weiß ja, egal. Ich kann das ja alles nachher beliebig schneiden. Müsste ja nicht unbedingt 15 Minuten Folgen sein. Können ja auch 15,5 Minuten Folgen sein. Ja, keine Ahnung was. Blöp, 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 blöp. Ich weiß das ja nicht. Zumindest eine Hälfte. Oder zumindest den Grundriss, weiß ich ja nicht. Vielleicht noch die erste Etage komplett. Hm, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich habe das ja auch ein bisschen schon ausprobiert, aber halt auch noch nicht so. So, ja. Oh, jetzt ist hier schon wieder Erde. Ach, Mist. Und draußen ist, äh, wo habe ich alle Steine mitgenommen? Ja, ich gehe jetzt erstmal raus. Jetzt reicht mir das hier. Ich könnte hier eigentlich hier noch die Dings setzen, aber mache ich gerade nicht, weil... Nachher ist es dann doch falsch. Ich weiß es nicht. Ich gucke dann lieber nochmal. So, die Sonne senkt sich schon wieder dem Horizont entgegen. Ähm. Ich würde jetzt ja gerne schlafen gehen, aber es geht noch nicht. So. Okay, hier waren... Hier kommen noch Pflastersteine rein. 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 Hier kommen noch Steine raus. Und, äh, Pflastersteine rein. So, und dann muss ich noch ein bisschen Kohl hier rausnehmen. Dann machen wir so. So. Machen wir mal so. Ähm, ups. So. Ups. Ne. Dann machen wir es mal so auf. Hier ist noch ein bisschen drin. Hier machen wir noch 8 rein. Hier müssen auf jeden Fall auch mindestens 8 rein. Hier machen wir auch noch ein paar rein. Und hier machen wir noch ein paar rein. So, jetzt ist es hier überall. Ja. Genau. So. Überall Steine drin. Hier brennt. Achso, der brennt noch. Gut. Und, äh, die Sonne geht schon wieder unter. Kann ich schon schlafen gehen? Nein. Kann ich schon schlafen gehen? Nein. Kann ich schon schlafen gehen? Immer noch nicht. Okay, hab ich da drüben überhaupt schon ein Fenster drin? Doch, hab ich schon. Gut. Hab ich... Hab ich noch Glas? Da muss ich auch noch mal... Glas müsste ich auch noch mal... Guck, jetzt kann ich aber... Nee. Okay, hier ist noch glatter Sandstein. Sandstein, Sand. Ach, den hab ich von der Dings abgebaut. Warte mal. Sand. Okay, Sand kann da drauf. Wo hätte ich denn... Wo könnte ich denn noch Glas haben? Hier nicht. Hier ist noch Erde. Warte mal. Ich mach hier mal die ganze Erde rein. So. Da ist noch Kohle. Das kann man da drauf. Hier sind noch Eier. Hier ist noch... Willst du? Gut. So. Hier ist kein Glas. Kein Glas. Glas. Ah, hier sind noch Glas. Okay, weiß ich für morgen, wo das ist. Aber ich geh jetzt erstmal... Schlafen. Ach. Guten Nacht, liebe Welt. So, und dann sind wir auch schon wach. Wo ist jetzt die Maus hin? Achtung. Ah, das ist verwirrend. Ich hab grad die Maus vor dem Bildschirm runtergeschoben. Und jetzt ist es aber wieder auf dem Bildschirm noch. Naja. So, also wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Glas. Und noch ein paar Glasscheiben. Nochmal. So. So. Okay. Glascheiben. Das Portal stört ein bisschen. Ich wollte ja sowieso das Ganze noch verlegen. Also. Äh, warte mal. Hier. Hier muss ein Fenster hin. Genau. So, in Richtung Dschungel. Ich wollte dann noch eine Kakaobohnenfarm machen. Und, äh, sonst irgendwas. Und dann wollte ich gerade nochmal was ausprobieren. Wir haben ja jetzt, äh, Sprengpulver. Das will ich aber gar nicht. Schwarzpulver heißt das. Orange Farbe. Wolle. Ach, die haben wir aus dieser Dings. Lappis Lazuli. Eier haben wir. Ein zweites Hühnchen wäre toll. Kürbisse haben wir. Daraus machen wir erstmal ein paar Kürbisse. Warte mal. Wo sind denn die? Wo habe ich denn jetzt gerade die Kürbisse hingepackt? Ähm. Ach. Also, hier bräuchte ich auch noch irgendwie eine Werkbank. Sonst, äh, muss ich immer so weit laufen. So, hier Kürbis. Kriegen wir Kürbiskerne raus. Machen wir mal so. Und einen behalten wir mal. Und dann holen wir uns nochmal ein Zuckerrohr hier. Das müsste jetzt auch ein bisschen gewachsen sein. Warte mal, lass uns... Müscht nicht dran. Das eine auch mal. So. Ähm. Wir müssen mal nachzählen, wie oft ich so sage. Ich muss da mal ein Gewinnspiel draus machen. Hahaha. Zählt, wie oft ich so sage. Und gewinnt eine, äh, äh, ein T-Shirt. Wo so draufsteht. Äh, naja. So, wir haben jetzt Zuckerrohr. Und wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt noch, äh, Zucker. Und mit Zucker, Eiern und einem Kürbis können wir einen lecker, 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 lecker Kürbiskuchen machen. Aber das ist kein richtiger Kuchen, ne? Wir brauchen einen richtigen Kuchen. Dafür brauchen wir mehr Eier und wir brauchen Milch. Und für Milch brauchen wir Kühe. Okay. Also, den Kuchen packe ich jetzt mal hier rein. Den will ich nicht essen. Der ist mir zu wert von Zucker packe ich jetzt auch mal hier rein. Die Samen. Naja. Äh, da oben. Hier sind noch mehr Weizen. Aber das bringt ja nichts. Rose. Äh. Ne. Hier ist noch mehr Sand. Das ist doch alles eine Unordnung hier, ey. Also, der Sand war hier drüben, ne? Ja, hier war der Sand. Ne. Da war der Sand. Das ist Sandstein. Das sieht man nicht, den Unterschied hier. So, das Glas kann ich hier auch mal reinpacken. Ja. So, was haben wir hier noch? Das verrottete Fleisch kann da rein. Die Eier packen wir. Ne, warte mal. Ich muss mal... Ich muss das echt besser sortieren hier. Wie viel Milch braucht man dann für so einen Kuchen? Ich glaube, drei Eimer, ne? Und ich muss... Äh, hier ist noch eine Schaufel drin. Die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Und eine Scharpitzhacke mache ich mal neu. Hier raus, hier raus.